gut weiter jo jo nach Czerno gerne ist das die richtige Richtung ach das in der 2 ist weit cool ja ist die richtige Richtung ja in der Feuerwehr waren wir ja auch schon da ist leider auch nichts mehr das ist die Frage ob wir nochmal so ein paar Gebäude mitnehmen also ich denke mal in der nächsten kommen wir mal besser nochmal warte ich renne hier eben nochmal schnell rein oh hier ist zumindest schonmal ein Motorradhelm und dann nehme ich den noch mit und hier ist nichts Vollmütze mal eben schnell die Treppe hoch dann nochmal ein Messer ey Jungs ich hab einen Brunnen gefunden oh was haben wir denn hier Orange Down Jacket Brown Booty und ne Strand sehr gut und ne Cola ich weiß noch nicht wo ihr seid den Brunnen Feuerbach kann ich nicht mehr kannst du mitnehmen Mike hast du ein bisschen Platz ja eigentlich noch jede Menge warten wir uns hier denn Beige Carver und Pants ne wir brauchen ob da vielleicht nur zwei nackige Leute rumliegen 6 Ballschläger wo ist denn der Brunnen Tim weißt du wo die Bar ist ah ich sehe euch hier ihr steht auf der Straße ich bin hier bei einer Daunenjacke ach da schon okay hier hinter müsste das sein jo auch einer einen Baseballschläger ne den Hoodie würde ich nehmen ja ok ok das ganze Haus ist voll ich hab schon wieder Flaschen voll Spreit ich will die Flaschen auf Philipp ne oh der ist sogar noch schön ne ach guck mal da seid ihr ja jo die Häuser hier sind noch nicht geluket dann sollten wir noch mitnehmen ja ok die Frage ist was brauchen wir denn jetzt so hier dringend ja nur essen wir ich brauch alles darin und sommer finden sie eh nicht trinke nicht zu viel ne ich hab jetzt einmal voll gekloppt wenn hellgrün ist kann man auch fahren von dunkelgrün auf hellgrün springt das reicht eigentlich hier ISSO hier liegt ein Kompass und ne dann habe ich eine Hand Hilf die quasi in das fenster rein egal was ich mache egal ob ich die erste in der schnelltasten und zieh und hat sonst so selbst wenn ich die neue die leere in die schnelltaste ziehen und dann darauf drücke ist trotzdem sofort wieder die alte ausgewählt die voll ist habe ich noch nie gehabt komisch na was wird das denn hab da was gefunden b plus wir könnten mir gleich noch mal gut abzupfen haben wir was für schlechte tage in folgenden zeiten ich habe auch noch ein volles ich habe nur ein salin weg also das data kit ist im erste hilfe ich habe fertig ist ach so cool ja aber ich habe erst mal noch alles gut ich will weiter ja ja vielleicht auch noch gern was zu trinken und was zu essen haben und eine waffe und wenn ihr sonst so alles habt ansonsten dann lauf doch weiter zocke ich alleine weiter hier wir haben noch ein bisschen was also zu trinken und essen haben wir jetzt würde ich sagen bis zur nächsten übernächsten stadt genug ja gut ich habe nur zu trinken ja wir teilen doch eh ja nur deswegen würde ich aber auch gern noch nach einer waffe und muni suchen guck mal ist wieder mac und munition wo ist er bin in irgendeinem haus oder im innenhof wo die tür noch zu kommen ich nehme auch noch hier ein zwei häuschen mit hier ist ein messer bringe ich auch mal mit zum dosen öffnen also diese mehrstöckigen häuser sind richtig cool zum loben ja das gefühl habe ich auch ich bin noch ein bauarbeiterhelm aber dann wird ja keiner ich bin beim brunnen ungefähr noch ich bin gleich beim hafen 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 ist auch immer gut dann lass uns doch da mal hin die richtung alle wir kommen auch gleich in die nächste großstadt direkt ja ich habe das messer zum aufmachen ich habe aus dem ich bin bei deinem hubi oder eine daunenjacke schon auf dem weg zum hafen ja ich bin in richtung hafen ich komme ein stückchen zurück oder lass ich finde mich dann selber wollte ich nur ein bisschen begleiten quasi ich warte ja in den schienen da kommst du zwangsläufig dran vorbei das ist nicht weit ich bin hier auf den schienen rechts neben dir hallo wenn man aber die knarre mike aber wenn ich weiß dass er für den t-shirt an da hast du nur ein t-shirt an das ist dann oder ja aber hätte ich dir noch ein hut mitgebracht danach nur ein betrieben die der mensch aber besser als nichts aber wie gesagt mir mangelt hier gerade eh noch an allem insofern ist das jungs hier ist noch eine backsteinhütze sollen wir die noch mitnehmen nein ja und ich auch wieder die kneipe doch anscheinend ist auch schon noch was jetzt noch raus ja hier war aber glaube ich auch schon jemand hier stehen ja noch alle turnschuhe rum hier ist aber was ist denn kompass glaube ich oder ja philip da kommt gleich ein zombie rein wenn du pech hast ja so hafen ich sehe kräne ich habe eine lagerhalle schon da war nichts drin außer eine maske was war also nicht so eine komische maske mehr clowns maske kann schön rot philip ja also mein ganzes equipment ist scheiße insofern macht hat keinen unterschied aber besser als t-shirt warum doch ich bin jetzt auch am hafen bürz bist du an den nicht containern ich habe mal rete gefunden cool siehst du den hohen turm bürz ich bin in seinem gebäude in dem turm also das heißt wo bist du am kran wir sind alle zusammen ja hier sind ja mehrere kräne aber ja da bin ich ein so ein hoher turm hier seht mich schon ach ja nee das zombie also ich jetzt noch mal rete schon mal weit habe ich noch nicht geguckt machete ist doch geil aber ich glaube die kann ich nicht mehr als das messer oder ich gehe jetzt mal nach oben hier ist eine stuhldose schwarz schraubendreher ich nehme die machete mal mit wolltest ein messer zum großen öffnen ja dann nehme ich doch das messer eine säge noch mal nach rät in den drei plätze ein drucktape ach guck mal hier ein paar vitamine kriegst du auch noch die zieht euch so einfach immer mal wieder rein oder die tage ja aber ich glaube das bringt nichts ach guck mal ich habe noch munition für dich gefunden ich bin ja gerade so in der hand das ja ich habe jetzt sechs im speedloader sogar noch mal und acht einzeln ja da hast du mal zwanzig so eine kleine schachtel oh cool kannst du auspacken und mit den acht kombinieren die könnte uns zu 30 staken philip wolltest du ein messer oder eine machete nö hab ich cool danke so freut sich doch schon wieder einer dass wir hier sind da ist er hinter mir in die wandte hauen markanten punkt bei uns wo wir uns treffen ich sehe ich schon wieder nicht ich kann euch sehen ach ach das ist so eine mini machete das ich springe jetzt hier wo noch bring dich na gut na gut 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 ich gut ich Wenn du dich hinsetzt, erholt er sich wohl auch schneller zwischendurch. Meinst du so vom Rennen? Ja, also wenn ich dich richtig mit F3 hinsetzt, also nicht nur hinknien, sondern mit F3 hinsetzen. Dabei sollte er sich wohl angeblich dann irgendwie regenerieren oder erholen. Da, meine? Ja, meine? Vitamina? Ja, meine? Ja, meine? Ja, meine? Ja, meine? weiter ja hier so weiter und dann links wenn es geht kann man nicht raus hier kommt man auf das gebäude drauf ja ja und ich meine dadurch letztes mal sniper gefunden ich habe ja letztens im video gesehen da ist einer einem kabel hochgeklettert an einem haus an der hauswand ja okay gesehen witterbleiter oder in der sonne wo seid ihr ich sehe euch gar nicht mehr ich stehe hier an dem haus wo der burns grad hochgeht diese halle hier ist nix hier ist ein nix drauf war die häuser sehen wieder gut aus kleine geschäfte unten und man kommt irgendwie zeigen mal gucken ja doch warte mal mit fünf oder das klatschen ja ich musste mal ich lege mich mal hier in so einen busch ich muss mal in den linken dann können wir uns ja irgendwo treffen oder ja ich bleib hier direkt noch mal wo seid ihr jetzt auf dem einhaus weiter als bei uns eben war oder block weiter da ist eine so eine häuserreihe keine ahnung ich kann das jetzt glaube ich auch schlecht beschreiben aber ich bin ja auch gerade in so einer häuserreihe drin eigentlich müsste ich euch hier irgendwo sehen was ist hier oh da war schon mal nix thunfisch hier ist noch ein motorradhelm philipp ja hab einen welche farbe äh ganz gut ne farbe schwarz oder dunkel soll ich den mitnehmen für dich ja orangener rucksack eine dose cola bratpfannen gibt es jetzt auch sehe ich hier gerade eine bratpfanne hier ist eine beige cargo pens wie ist der zustand zustand ist perfekt ah ne ich habe gerade eine bessere gefunden paper ich glaube ich wie beige ne doch nicht aber hier ist unser verwaltungsgebäude da gehe ich doch mal rein bist du weiter in die stadt reinwärts in die richtung kran ach ich sehe dich aber ich nehme hier links und rechts die häuser noch mal mit eine gammelige banane ach da bist du dann weiß ich wo hat hier so aussieht wie so ein äh ist das nicht auch ein krankenhaus nochmal ne das verwaltungsgebäude daumenjacke turnschuhe gaslampe ging das hier nicht auch in dem haus doch hier hinten auch auf der anderen seite speedloader was ist das denn kannst du mal für mich mitnehmen munition speedloader ja wobei andererseits habe ich die magnum eben eh wieder verloren insofern eigentlich auch glatt weil eine waffe ja wir werden ja schon eine finden gleich mal motorradhelm rollmütze blauer rucksack blauer rucksack für den philipp tut sich auch nix zu dem lilanen kann es ja liegen lassen außer als der große der 35 aber das wird ja eher der normale kleine sein das ist ein normaler ja ne der tut sich nix zu dem lilanen die sooo seh jo häntchen offenweg mit mir wir sind hier gerade noch fleißig am looten weit oh was haben wir denn hier wo seid ihr denn? zu so einem verwaltungsgebäude das ist Richtung Hafen von da aus oh warte ich bin direkt bei dir Mike cool bleiben oder? bist du das ja? ja ja passt cool bleiben die erste geschlossene Tür mal genommen die einzigen nervös wird ist Tim ne ich wusste der Mike war bei mir in der Nähe hier liegt noch ein Feuerwerksholz mit Pumpgun Money auch Streichhölzer, vielleicht kann ich kein Feuer machen Mütze Büchse wohnen die Jungs sind irgendwo geradeaus durch Mike ja, hier sind auch schon alle offen hier äh, hier ist nix los wir sind glaube ich, wir sind doch in der gefährlichsten Stadt, hab ich gehört Elektro Nuzerno ist noch schlimmer, oder? ja ja, das ist ja eh nicht weit auseinander die beiden Städte die Jungs, seid ihr noch im Krankenhaus? Verwaltungsgebäude, ja ich bin noch auf dem Dach ja, wir sind jetzt auch da oh, ich guck gerade auch auf die Uhr ich muss in 15 Minuten mal abhauen hier liegt eine Säge ja, da war ich schon Hähnchen medizinische Vorräte die dann nicht schlecht ja kompressor für ne Mosin aber keine Mosin Vitamine Vitamine und Naschen noch mal ne Büchse Bohnen, okay, das Fressproblem hat sich dann jetzt erstmal erledigt okay ich kletter im Verwaltungsgebäude runter ja, Mike, gehen wir auch runter, oder? ja wir kommen dann auch zu dir ich will noch eben die ich will noch eben die Börns, brauchst du auch einen Speedloader für die Magnum? hab ich schon, danke ich will noch eben das Milchpulver mit einer Cola runter und dann jetzt hat das gesunde Frühstück auch beendet oh, hier lag noch lag noch ein ein Snaploader hier schreit einer ein Double Rifle nein, den Zombie habe ich gerade platt gehauen ne, das war die Axt ach so, ein Bug, genau da oben bist du noch beim Außen an der Leitermann? ne, ich sehe euch im Fenster gefährlich, ne? jo das ist gefährlich, weil ich hier mache mein Frühstück komm schnell runter welche Seite bist du denn rechts oder links vom Gebäudebörn? wenn du reingehen willst vom Eingang äh, wenn du ja wenn du vor der Tür steht rechts da stehe ich mit dem ah, da da ist der Mike auch super wo? hier um die Ecke oh okay ja Müll hm lauten wir weiter oder? ja, würde ich sagen gerne mein Energizer ist nicht auf grün ich habe schon so viel Milchpulver jetzt wieder gegessen obwohl so Backsteingebäude sollten wir vielleicht nächstes Mal mitnehmen ja okay kommis voraus? äh, wo seid ihr denn? ach da hast du ne Feuerwehrachs bitte? ja na gut ähm, da liegt er da dusch ja ne Feuerwehrachs habe ich auch aber meine ist total kaputt wenn wir gleich mal eine finden ja laut schreien das meine ist ordentlich stelle ja, der ist gut soll man hin? wegen der Karte ne, ich habe schon zwei von vier Osten und Südosten also Norden und Westen brauchen wir noch wenn ich alle finde, dann tausche ich die gerne gegen deine Knarre ja da kommt ein Zombie hinter uns so, wie muss ich jetzt nochmal auf so eine Zapfersäule hauen? ne, Peste Flasche Wasser kann ich die mitnehmen? ne, ich habe auch noch keine ach so ne ok so, was steht denn hier? rade aus, na gerne was prima ja Jungs, ich werde aber jetzt glaube ich gleich mal ausklinken oder das mache ich jetzt am besten jetzt haben wir nämlich schon halb vier ja dann locke ich mich hier mal an der Tankstelle aus und sag mal bis später und fort looten jo, danke bis später tschüss 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 sollen wir noch rein? wir gehen noch weiter, klar weiter, weiter user left your channel das ist noch ein Brunnen ja gut obwohl ich habe eigentlich noch alles voll ich brauche gar nichts Zombie? mh oder? klasse ja klare ich schon lange nicht mehr vom Zombie geblutet Moment, ich hau mir noch eben schnellstöchliche Milchpulver rein Milchpulver ich will das mal mit Karnschluck und Wasser weg wenn man auch grün werden grünes Energize kriegen ein hellgrünes das ist mir wichtig der Defi soll übrigens bei Schockzuständen helfen wenn man bewusstlos ist da muss man so eine Blockbatterie reinpacken aber aber ich glaube das war zu dem Zeitpunkt wo wir den mal hatten noch nicht drin ich habe auch in den letzten Patches eigentlich noch nichts davon gelesen das ist nur ein Zombie was auf jeden Fall funktioniert ist dieser Epipende nach Ausschau halten, falls man umkippt da sind zwei Börns, rechts und links, ne? ja endlich heilig jetzt endlich alles grün hier du als wenn du heilig bist heilig oh, da ist noch einer hier ist meine Freude hier wenn ich Folge heilig bin, können wir ja Alter, wie viele Zombies sind denn hier? Blut anfangen ok vier Stück waren jetzt hier und dahin steht der nächste hier schon mal die Straße ein Stück weiter? ja ja ich bin auch wieder durch die Hinterholke parallel zu euch nicht jetzt auch ich habe mich schon treffen lassen aber wieder nicht am bluten hm ich bin hart im Nehmen Mike ist schneller als ich ja ich mache ja auch den Angry Run hm wut? ich habe die Fäuste oben dann glaube ich 10% schneller nö 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 ist immer noch schneller als ich bist du integrated? ja auch dann ist komisch hydrated und energized ich hatte letztes eine Wasserflasche in der Hand da bin ich viel schneller als die Jungs gerannt ja dann nehme ich mal die Fäuste runter auch mal mit sollte passen oder wegen den Schuhen habe ich auch schon drin gedacht was hast du für Schuhe? komm 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 ok all round schuhe da habe ich auch noch nie gesehen dass die Straße da so hoch geht und die Schienen hier unten lang führen und die häuser mitnehmen doch das backsteinhaus wo denn hier das backsteinhaus ist auf ja alle offen so noch kommen noch spieler die truppe wir können gleich gerne mal ausloggen mit mehr leuten rein aber jetzt laufen natürlich auch nie ja aber es wird den reiz ausfindig klar natürlich wir haben jetzt hier eine knarre paar schuss begrenzt werden begegnen passt reaktion hier kommen dann lass uns mal sammeln und dann loggen wir hier am rand aus oder um ja hier hinten bei mir kann nur kurze pause machen fünf minuten oder hier schön im wald ok fünf minuten pause falsch wie setzt sie mich noch mal f3 naja gut kurzer cut wir sehen uns in der nächsten folge bis dann bis dann kakar kakar